Sie dürfen in der Öffentlichkeit diffamiert werden, verleumdet werden, ohne dass mit irgendeinem Widerspruch im öffentlichen Diskurs, im öffentlichen Raum zu rechnen wäre. Gerhard Schröder ruft zu einem neuen Anstand der Aufständigen auf. Das allercoolste Biom, was hier hinzugefügt wurde, weil es mich einfach an König der Löwen so krass erinnert und weil ich die Berge hier, ich finde die Berge hier viel, 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 viel cooler als die normalen Berge. Wenn wir zum Beispiel mal da hinten hinschauen, so ein Berg, der besteht nur aus Erde. Wenn in dem Mesa, ich habe solche Frame-Anbrüche in diesen neuen Versionen, das ist so traurig. Das liegt nicht an meinem PC, das liegt an den Versionen. Ihr blöden Businessleute, nur damit ihr euch die Taschen voll macht mit den jungen Kids. Das kotzt mich so an auf YouTube, wirklich. Hier gibt es so viele tolle Sachen. Aber alles, was funktioniert, dann kommen die Geier mit den Aktenköffen. Äh, mit den Aktenköffen. Dann kommen die Geier mit den Aktenkoffern. Ja, das war's. Es gibt hier, es gebe hier noch einiges zu zeigen, aber ich habe, ich habe selbst nicht so ein, äh, scheiß drauf. Herzlich willkommen hier, ähm, äh, jetzt fällt mir der Name vom Server nicht ein, ähm, Dingskraft. Okay, egal. Hier hat ein Holzi, Schomolzi, Schomzi, Schommilzi. Hier村 , wir sehen uns auf das Recht des Eintruspires, Schomolzi, Schomolzi.